Wir wollen nach Amerika fahren. So richtig mit Roadtrip, National Park, Wüste und Fast Food. Aber Amerika ist teuer. Deswegen müssen wir erstmal ein bisschen Cash verdienen. Ja. Ich habe mein Kleingewerbe. Jetzt wird Big Business gemacht. Ich bin ein Binnesmann. Bisschen Pflaster heute. Und ganz eventuell ein bisschen nass geworden. Ich habe meine erste Rechnung eingeschmissen. Gut. Dann hätten wir das jetzt auch schon mal abgehakt. Ja, dann kümmern wir uns jetzt nur noch ums Visum. Genau. Ach komm schon. Das ist halt das dritte oder vierte Mal. Und dann einfach nochmal, bis der Lichthater ja zu weit bist, bis zum Schritt davor. Du musstest nur den Passport nochmal hingeben und das hat er auch in Autofriede gefreut. Heute ist Visumstermin. Der Typ ist immer zu spät. Gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist der Kini da? Ja. Der klingelt noch ein Lecker. Neun Uhr. Zehn. Kili zieht sich Socken an. Wir haben das Visum. Wuhu. Ja, 144 Euro. Für mich 145. Das wäre echt. Aber es hat funktioniert. Nice. Ja, jetzt müssen wir nur noch den ganzen anderen Rest machen. Flügel buchen und... Ja, Visum haben wir jetzt halt. Das müssen wir nur noch ein bisschen planen. Und die Flügel buchen. Let's go. Ja. 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 Alles geht',zę.